Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchten wir euch die drei besten Kickertische vorstellen. Damit ihr das richtige Modell für eure Ansprüche und auch euren Geldbeutel finden könnt, möchten wir euch heute drei verschiedene Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen vorstellen. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Modelle mit ihren wichtigsten Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen und schaut nach dem Video auch gerne mal unten in der Videobeschreibung nach, wenn ihr mehr zu dem Modell erfahren oder einen der Kickertische vielleicht auch gleich bestellen wollt. Dort unten haben wir euch alle drei Modelle nämlich mit dem tagesaktuellen Preis verlinkt. Zudem findet ihr dort unten einen ausführlichen Kaufratgeber, der euch sagt, worauf ihr beim Kauf solcher Modelle achten müsst. Lasst uns nun aber gleich mit dem eigentlichen Video und auch schon dem ersten Tischkicker aus der Einsteigerklasse starten. Für lediglich 100 Euro bekommt man hier den Tischkicker Nation von Best Sporting. Das Modell bietet eine Spielfläche von 1,05m x 58cm, womit es sich hier um das kleinste Modell im Vergleich handelt. Dabei hat das Modell trotzdem ein robustes und gut spielbares Design mit hohen Seitenwänden und stabilen 12mm MDF-Holz-Tischbeinen. Die Füße sind zudem verstellbar und können Unebenheiten des Bodens ausgleichen sowie nochmal ein paar Zentimeter an Höhe gut machen. Durch die kompakten Abmessungen passt dieser Tischkicker wahrscheinlich in die meisten Einrichtungen gut hinein. Er nimmt nicht allzu viel Platz weg und ist dabei aber auch nicht zu klein. Er verspricht immer noch eine Menge Spielspaß für die ganze Familie und sorgt für ein spannendes Tischkicker-Erlebnis. Sicherlich kein Modell der Premium-Klasse oder eines, welches für professionelle Turniere geeignet ist, aber sicherlich doch ausreichend, um sich ein spaßiges Tischkicker-Erlebnis zu sich nach Hause zu holen. Wenn ihr euch nun noch weiter zum Tischkicker Nation von Best Sporting informieren wollt, könnt ihr das über den ersten Link in der Beschreibung tun. Dort ist das Modell mit dem tagesaktuellen Preis und der Möglichkeit, es auch gleich zu bestellen verlinkt. Bleibt aber auch unbedingt noch dran, denn zwei weitere Modelle von zwei weiteren Herstellern möchten wir euch ja noch vorstellen. Die allermeisten Leute werden sich vermutlich für das nächste Modell aus der Mittelklasse entscheiden. Es handelt sich um den Tischkicker Leeds von Games Planet. Dieses Modell ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich und kommt mit den Abmessungen von 1,40 Meter in der Länge, 73 Zentimeter in der Breite und 87 Zentimeter in der Höhe. Das Spielfeld hat eine Größe von 1,80 Meter, 18 x 68 Zentimeter, womit das Spielfeld quasi Standard-Tischkicker-Masse hat. Geliefert wird dieses hochwertige Tischkicker, welches aus MDF-Holz besteht, gleich mit vier Bällen sowie zwei Getränkehaltern. Der ca. 60 Kilogramm schwere Tisch überzeugt dabei vor allem durch seine hochwertige Verarbeitung. Er hat höhenverstellbare verkromte Standfüße, verkromte Gleitlager, einen hochwertigen Kantenschutz, Gummierungen an den Standfüßen sowie auch eine hochwertige Stangenlagerung durch Gleitlager, welche nochmal robuster und verschleißarmer als Kugellager sind und auch im Profisport verwendet werden. Die nahtlos hochgezogenen Ecken sorgen für eine bessere Optik und auch einen sauberen Spielfluss, da der Ball nicht in einer Ecke liegen bleiben kann. Natürlich sind hier alle klassischen Spieler auch bei diesem Modell dabei und wie gesagt handelt es sich um ein Modell, welches mit Profimaßen und auch vielen Profifunktionen kommt, dabei aber trotzdem einen relativ günstigen Preis besitzt. Ein absoluter Preis-Leistungstipp also und auch nicht ohne Grund das beliebteste im Vergleich. Wenn ihr euch nun noch mehr zu diesem speziellen Kickertisch informieren wollt, könnt ihr das über den zweiten Link in der Videobeschreibung tun, dort haben wir euch das Modell auch mit dem tagesaktuellen Preis verlinkt. Bleibt nun aber auch gerne noch dran, um das dritte und letzte Modell aus dem Vergleich kennenzulernen, den absoluten Profitisch-Kicker. Es handelt sich um das Modell von Automaten Hoffmann. Dieser Turnier-Kickertisch kommt mit einem massiven Holzgestell und Holzgehäuse im edlen Parkett-Design. Das robuste Schichtholz ist äußerst langlebig und sorgt wie gesagt auch für eine starke, außergewöhnliche Optik. Die Kicker-Figuren sind in einem klassischen Design gehalten, die Puffer bestehen aus Vollgummi und die Kickerstangen sind verkromt. Die Kicker-Griffe bestehen ebenfalls aus Holz und das hochwertige Spielfeld ist mit einer Teflon-Beschichtung versehen. Mit 1,19 x 68 cm hat es die optimalen Turniermaße und bietet auch an allen Seiten abgerundete Ecken, sodass der Ball hier nie liegen bleiben kann. Der Automaten Hoffmann-Profi-Tischkicker ist wie gesagt auch für offizielle Turniere zugelassen. Er entspricht bei allen Dingen und Maßen den offiziellen Turnieranforderungen und somit kann man sich mit diesem Modell auch ein offizielles Modell nach Hause holen, sodass man immer schon mit einem Profi-Modell üben kann. Durch die 32 Präzisions-Kugellager des Geräts hat dieser Kickertisch vor allem auch perfekte Spieleigenschaften und wie gesagt überzeugt das Modell auch vor allem durch seine Qualität in Sachen Gestell, Spielfeld sowie auch den Kicker-Stangen. Wer ein echtes Profi-Modell für die eigenen vier Wände haben möchte, der kann sich nun noch über den dritten Link in der Videobeschreibung weiter zu diesem starken Modell informieren und auch diesen Tischkicker bei Interesse gratis zu sich nach Hause bestellen. Habt ihr ansonsten noch eine Frage oder Anmerkung zu den vorgestellten Kickertischen, dann schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare. Lasst dem Video eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat und schaut doch auch mal in der Videobeschreibung vorbei. Wie gesagt haben wir dort alle Modelle und einen Kaufratgeber für Tischkicker verlinkt.